Moin Leute, bei Balkonkraftwerken sollte es ja eigentlich genau jetzt schon zahlreiche Vereinfachungen geben, also zum Beispiel 800 Watt statt 600 Watt, übergangsweise rückwärtsdrehende Zähler erlaubt, vereinfachte Anmeldung, Privilegierung für Mieter, Schuko-Stecker erlaubt und die 4-Meter-Grenze sollte kippen. Tja, jetzt haben wir 2024 und es gab Verzögerungen in der Politik beim VDE und es gab Lobby-Einfluss, insbesondere der Netzbetreiber, aber auch von der Immobilien-Lobby und viele Medien schreiben auch ganz schönen Käse. Naja, und am Ende blickt da einfach keine Sau mehr durch, also jetzt die fette Frage, wann kommt eigentlich was, was gilt jetzt eigentlich und was nicht. Und denn auch wenn viele Medien es anders schreiben, die ganzen Punkte, die ich eben genannt habe, stehen nach wie vor auf der Kippe und genau diese Dinge kläre ich hier und heute und jetzt für euch auf, also los geht's. Ja, fangen wir erstmal damit an, ob wir 800 statt 600 Watt nutzen dürfen und auch, ob Schuko-Stecker bald überhaupt erlaubt sind. Denn hier gehen in den Medien jede Menge Fehlinfos durch die Gegend. Und ich sag's direkt, nein, es kann durchaus noch passieren, dass beides nicht erlaubt wird. Warum? Naja, die meisten denken, dass diese Dinge mit der Gesetzesänderung kommen, aber das ist tatsächlich falsch. Für die Zulassung des Schuko-Steckers, also den ganz normalen Stecker, den ihr kennt und nicht irgendeine spezielle Einspeisesteckdose und auch die 800 Watt-Zulassung ist die VDE-Norm wichtig. Und das verwechseln immer viele, denn gesetzlich wird das nicht geregelt. Und ja, ich bin hier absolut sicher, da ich mit dem BMWK telefoniert habe und mir das habe erklären lassen. Im Erneuerbaren-Energien-Gesetz, kurz EEG, wird zwar ein Steckersolargerät mit 800 Watt und maximal 2000 Watt Modulleistung festgelegt, oder das soll jetzt kommen, aber das hat für die technische Zulassung tatsächlich keine Relevanz. Hier geht es nur um Förderung, um Vergütung und so weiter und dafür muss halt irgendwie ein Balkonsolar oder ein Steckersolargerät einfach gesetzlich irgendwie definiert werden. Also quasi von einer großen PV-Anlage unterschieden werden. Das heißt, es braucht irgendeine Art von Beschreibung. Dass die Dinger dann aber an unserem Netz angeschlossen werden dürfen, dafür ist die Norm der VDE zuständig. Also hier bitte unterscheiden. Ja, es kann also sein, dass im EEG dann 800 Watt beziehungsweise 2000 Watt für die Modulleistung drinstehen, die Norm, die 800 Watt dann aber gar nicht zulässt. Und dann dürft ihr die auch nicht nutzen oder nicht so an euer Netz anschließen tatsächlich. Und jetzt natürlich die große Frage, wann wird denn die Norm geändert? Ja, die sind aktuell dran und diskutieren und genau die 800 Watt und auch der Schuko-Stecker sind Streitpunkte. Es wird sich im Laufe dieses Jahres klären, aber wann, ist leider noch nicht klar. Upgradebare Wechselrichter. Darf man denn jetzt diese betreiben? Also quasi einen Wechselrichter, der jetzt auf 600 Watt gedrosselt ist, aber den ich per Software auf 800 Watt entrosseln kann, falls es denn dann kommt? Ja, darfst du. Und es spricht auch wenig dagegen, es zu machen, denn so kannst du bei Bedarf dann upgraden. Und wenn es doch nicht klappt mit den 800 Watt, dann hast du kein Problem. Wie sieht es jetzt mit dem Schuko-Stecker aus? Also jetzt quasi. Der Schuko-Stecker ist momentan einfach nicht klar geregelt. Also prinzipiell ist das nicht wirklich verboten, diesen zu verwenden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Grauzone. Wir hoffen darauf, dass das bald klar geregelt wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es da noch keine wirkliche Klarheit. Ja, Privilegierung für Mieter, das ist in meinen Augen der wichtigste Punkt, denn hier geht es darum, dass wenn sich ein glücklicher Mieter oder hier etwas übertrieben dargestellt, eine glückliche Mieterin, ein Balkonkraftwerk gekauft hat und das aufhängen möchte, dann kann momentan der Vermieter bzw. der Eigentümer oder die Wohneigentümergemeinschaft oder wer auch immer einfach ablehnen und das wirklich ohne eine große Begründung. Und das wird sich tatsächlich ändern, denn die Teile sollen privilegiert werden, also gesetzlich und das bedeutet, ihr müsst die Anlage zwar immer noch bei eurem Vermieter oder wo auch immer melden, der kann aber nicht mehr so einfach Nein sagen. Also er braucht dafür einen schlagkräftigen Grund. Wo stehen wir hier? Ja, auch hier gibt es wieder Verzögerungen, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, aber laut unseren Kontakten in der Politik gibt es gegen den Gesetzesentwurf erstmal, so wie er steht, keinerlei Gegenwehr. Also der wird akzeptiert. Also es wird dann etwas länger dauern, ansonsten aber so bleiben, wie er ist momentan. Und scheiba sind sich hier tatsächlich mal alle einig. Jetzt die große Frage, wann kommt er denn? Und das wissen wir nicht, es wird irgendwann dieses Jahr passieren. Genau wenn das Solarpaket 1 dann durchgeht, aber dazu gleich nochmal. Und genauer kann ich es euch leider nicht sagen, weil ich glaube, genauer steht es einfach noch nicht fest. Und auch selbst, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Daten nennen, ich würde mich dann eurer Stelle nicht zu sehr drauf verlassen. Das ist wirklich, da wird noch diskutiert einfach. Über das gesamte Solarpaket 1 und das Balkonsolarpaket, von dem wir jetzt gerade reden, ist nur ein Teil davon. So und darüber streiten die nicht, aber über andere Punkte. Und das ist so gerade das Problem. Naja, aber wenn es denn jetzt durchgeht, ist danach denn alles gut? Nee, denn wir als Petitionsgruppe sehen hier immer noch große Probleme. Und jetzt die große Frage, wo gibt es denn die Probleme? Kurze Unterbrechung, nächste Woche gibt es bei mir hier auf dem Kanal eine Zerstörung der Wasserstoffstrategie Teil 2. Also wir hatten das schon mal vor einigen Jahren. Jetzt könnt ihr nochmal sehen, was sich geändert hat. Es wird sehr, sehr krass. Es war wahnsinnig viel Arbeit. Also abonnieren nicht vergessen, damit ihr das nicht verpasst. Naja, das Gesetz ist, sagen wir mal, sehr schwammig formuliert. Und jetzt die Frage, ist das schlimm? Wir denken ja schon, weil nicht nur Mieter sind verunsichert, sondern auch Vermieter. So Fragen wie, wer haftet denn eigentlich? Wann? Und was dürfen Mieter denn jetzt genau? Also ich meine ganz spezifisch. Und wann darf ein Vermieter denn jetzt sagen, nee, tut mir leid, so geht das nicht? Also darf der Mieter jetzt eigentlich alles machen? Wo sind die Grenzen einfach? Zum Beispiel darf ein Vermieter vom Mieter auch irgendwelche statischen Gutachten verlangen, falls er irgendwie Angst hat und so weiter. Diese ganzen Unsicherheiten und auch die Überforderung führen zu krassen Spannungen zwischen Mietern und Vermietern. Das ist halt wirklich oft auch einfach Unwissenheit dabei. Und das landet dann am Ende leider oft vor Gericht. Und da muss es wahrscheinlich am Ende auch ausgetragen werden. Natürlich gibt es auch viele Vermieter und Mieter, die total entspannt sind und die Dinge einfach bei einem Bier oder bei einem Kaffee regeln. So, jetzt kommt hier aber noch die Immobilienlobby ins Spiel. Besser gesagt, die Immobilienlobby oder was auch immer da steht. Keine Ahnung, KI halt. Naja, egal. Wo ist jetzt das Problem? Naja, sagen wir es mal so. Bisher haben wir es so mitbekommen. Wie gesagt, nicht alle. Aber anstatt sich zum Beispiel mit uns in Verbindung zu setzen und dann den Vermietern zu erklären, zum Beispiel sowas wie Balkonkraftwerke, sind nicht gefährlich elektrisch. Aber die Steckdose sollte zum Beispiel wasserdicht sein. Oder die Aufhängung sollte nicht zu stark aufgewinkelt sein. Einfach wegen der Windanfälligkeit und dem Schwingungsverhalten. Das sind immer so Beispiele, die man nennen könnte. Das wäre irgendwie konstruktiv so vorzugehen. Stattdessen wird sowas hier gemacht. Und das hier ist ein Zitat von der Wohnungswirtschaft Norddeutschland. Ich zitiere mal. Es geht hier um taktische Vorgehensweise und Empfehlungen. Es besteht also durchaus ein Risiko, im Falle eines Rechtsstreits bei der Ablehnung einer Zustimmung betreffend den Einbauwunsch des Mieters zu unterliegen. Also quasi zu verlieren. Gerade vor dem Amtsgericht. Also das bedeutet, die haben jetzt hier schon Angst, dass man oft verlieren könnte. Somit stellt sich die Frage, wie man im Weiteren taktisch am besten vorgeht, wenn ein Mieter um Zustimmung betreffend dem Einbau einer Balkon-Photovoltaikanlage bittet. So und danach kommt noch ein bisschen Text. Aber das, was dann wichtig ist, danach kommen dann Vorschläge wie ein statisches Gutachten anfordern, Blendwirkung als Argumentation gegen ein Balkonkraftwerk anführen. Ja, das ist jetzt wirklich ein Katalog von Maßnahmen, um den Mieter das richtig madig zu machen. Und ich muss zugeben, dass ich da wirklich fassungslos war. Denn was wird dann wohl passieren, wenn ich irgendwie solche Ratschläge gebe? Viele Mieter werden einfach aufgeben, aber viele werden auch vor Gericht ziehen. Also das heißt, ich versuche hier wirklich Streit irgendwie vom Zaun zu brechen. Und anstatt es irgendwie mit konstruktiven Vorschlägen zu versuchen, mit Aufklärung auf beiden Seiten und vor allem erst mal einfach versuchen, das technisch oder konstruktiv zu lösen, macht das hier den Eindruck, als würde einfach versucht, das Ganze aktiv zu verhindern und so für richtig Zoff zu sorgen. Meiner Meinung nach hilft das absolut niemandem. Daher haben wir einen Vorschlag ans BMJ, denn die sind aktuell dafür zuständig, auch für diese Schwammigkeit des Gesetzes, sage ich mal. So eine nachträgliche Gesetzesänderung ist jetzt, glaube ich, zu spät. Also das kriegen wir jetzt nicht mehr hin und auch nicht zielführend. Aber es wäre ja zum Beispiel gar nicht so schlecht, wenn man jetzt so etwas wie einen kleinen Ratgeber, so eine Art Vorschlagskatalog, einfach mal exemplarisch raushaut, um einfach solche Fragen von Anfang an zu klären. Und damit kann ich vielleicht den ganzen Ärger schon abwenden. Auch wenn mal was vor Gericht geht und so, dann habe ich da einfach schon mal so ein Blatt Papier. Damit kann man was anfangen. Also setzt euch doch bitte mit uns als Petitionsgruppe in Verbindung. Wir möchten helfen, wo es möglich ist. Wir haben auch einen Twitter-Thread gestartet, um das BMJ auf uns aufmerksam zu machen. Denn beim BMWK hat das super geklappt damals und das Ergebnis war super für beide Seiten am Ende. Und es wäre echt toll, wenn das auch mit dem BMJ klappen würde. Also bitte ich euch, falls ihr einen Twitter-Account habt, pusht den Tweet bitte so gut wie ihr könnt. Link ist unten in der Beschreibung. Die 4-Meter-Grenze. Bisher war es so, dass man ab 4 Meter Höhe quasi keine Glasmodule mehr benutzen konnte. Also zumindest nicht welche, die irgendeine spezielle Zulassung haben. Man sollte dann also eigentlich eher auf Kunststoffmodule zurückgreifen. Und diese Regel ist tatsächlich gefallen. Also die gilt nicht mehr. Falls ihr so ein Ding aber scheiße aufbaut und dass jemandem dann auf dem Kopf fällt, dann ist nicht klar, wer dafür haftet. Also es könnte auch durchaus ihr sein. Also bitte hier lieber vorsichtig sein. Und im Zweifel fragt man beim Anbieter nach, wo ein geeigneter Anbringungsort eigentlich ist und sichert sich hier ab. Je nachdem ist es auch durchaus sinnvoll, bei größeren Höhen, vielleicht auch gerade mit Windanfälligkeit, eher auf ein leichtes Kunststoffmodul auszuweichen. Also ich bitte euch hier auch einfach mal selber das Gehirn einzuschalten. Ja, rückwärts laufende Zähler und einfache Anmeldung. Also wenn ihr noch so einen alten Zähler mit Scheibe habt, also diese Ferraris-Zähler nennt man die, dann müsstet ihr momentan mit eurem Balkonkraftwerk warten, bis der Netzbetreiber den Zähler gewechselt hat. Denn der würde ja sonst rückwärts laufen. Das heißt, ich muss den eigentlich gegen so einen digitalen Zähler erst mal tauschen und bis dahin darf ich das Ding eigentlich gar nicht anschließen. Und das soll sich zukünftig ändern. Ihr könnt dann euer Balkonkraftwerk anschließen und der Zählertausch, wann der passiert, ist dann einfach das Problem des Netzbetreibers. Ja, und wenn der noch nicht so weit ist, dann dreht sich das Teil halt rückwärts. Das heißt, ihr habt keine Nachteile mehr und das ist auch sinnvoll. Zudem soll die Anmeldung vereinfacht werden. Also bisher musste man sich ja beim Netzbetreiber und noch beim Marktschirm-Datenregister anmelden. Und das war schon ziemlich nervtötend. Auch die Anmeldung beim Marktschirm-Datenregister war alles andere als einfach. Das soll tatsächlich einfacher werden. Das heißt, die Anmeldung beim Netzbetreiber fällt weg und das Marktschirm-Datenregister wird simpler. So, wie steht es darum? Beides ist noch nicht durch und das kommt wohl dann auch erst mit der Gesetzesänderung, wie gesagt, irgendwann 2024. So, die ganzen Verzögerungen, was ist da jetzt eigentlich los? Halten wir es mal einfach. Es geht um das Solarpaket 1. Also da steht ganz viel drin über alles Mögliche mit PV-Anlagen. Also da geht es um Agri-PV, um alles Mögliche. Ja, ist wirklich ein Riesenpaket. So, und da gibt es Verzögerungen, weil die da gerade noch am Diskutieren sind. Und Balkonkraftwerke, also die Teile, die wir jetzt gerade vorgelesen haben oder auch davon ja nur ein Teil, das ist nur ein Teil dieses Solarpakets. Und es gibt halt noch keinen konkreten Termin, wann das Solarpaket 1 jetzt letzten Endes durchgeht. Ich persönlich jetzt einfach nach dem, wie ich so bisher mitbekommen habe, schätze mal so Mitte des Jahres vielleicht. Aber so wirklich weiß es am Ende keiner. Deswegen würde ich sagen, es ist alles nur Spekulationen und wer weiß, wie lange die da noch streiten. Ich habe keine Ahnung. Ja, also es ist, glaube ich, im Moment einfach, dass man jetzt erwarten muss und hoffen, dass es jetzt schnell geht. Ansonsten kann ich euch noch die DGS empfehlen und auch beim Verein BalkonSolar findet ihr echt mega gute Infos. Also super zusammengefasst nochmal, falls ihr da euch irgendwie regelmäßig informieren wollt. Beides wirklich empfehlenswert. Also besucht die gerne mal und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020